Willkommen zurück zu Let's Play Redeemer. Ich sehe dort links eine Shotgun. Oh ja, okay. Oh, die ist stark. Aber diese Waffe muss noch gelevelt werden, deswegen nehme ich die mal. So, der Hangar. So heißt dieses Level. Warte mal. Ja, dann musst du doch nicht... Ja, dann schieße ich die mal leer und dann hole ich mir mal die Shotgun wieder. Und die ist ein bisschen stärker. Ein bisschen, viel stärker. Okay, jetzt ist aber die Frage, dort oben rein oder hier links? Da steht Security. Ich gehe mal... Ah ja, hier. Auf jeden Fall hier lang. Aua. Ja, zwei gegen ein. Schaffe ich trotzdem. Wer lebt noch? So. Dann... Maschinenpistole. Mechanismus. Ja, das ist, glaube ich, die Maschinenpistole. Glaube ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass das der Karabiner ist. Ne, da links auf dem Tisch ist, glaube ich, der Karabiner, der liegt da. Und der hier hat möglicherweise auch noch einen... Ja doch, das sollte auch einen Karabiner sein, den er dabei hat. Den nehme ich mir dann mal... Ne, das ist genau die gleiche Waffe, die ich eben auch hatte. Und das hier auch. Ja gut. Der ist gerade in Zeitlupe gerannt. Warum treffe ich nichts? Und... Ich stirbe jetzt. Das mache ich nicht sauber. Er läuft ja komplett aus. Oh, das... Das war vielleicht ein bisschen stark, der Schuss. Aua. Noch einer? Hm? Okay, hier kommen langsam einige. Aua. Hilfe, jetzt werde ich noch geschockt. Fang das. Fang das. Und das auch noch. Oh, hau ab. Okay, das waren dann alle. Hm. 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 Ja, die Waffe ist sehr stark. So, dann nehme ich mir hier einmal die... ...Hoddel-Waffe mit. Ich glaube nicht, dass ich hier in so einen Teil einsteigen kann. Achso, der hat mich schon gesehen. Aua, aua. Ich will hier weg. Ich habe den auch geschafft. Bevor der mich getroffen hat. Ja, komm doch her. Oh, der ist einfach ein bisschen zermatschend. Und hier ist dann nichts mehr. Dann dort unten rein. Dann das erstmal. Dann das nochmal. Dann kriegst du ihn rein. Und dann habe ich nichts mehr. Ich glaube, gib mir deine Waffe her. Oh, ich wollte ihn eigentlich, äh, finishen. Mit dem Kreis gedrückt halten. Genauso. Oh, der hatte eine Waffe. Und das. Und das. Und das noch. So. Ähm, nein. Okay, da ist nichts. Äh, oh. Ja, wo, wo ging das denn bitte? Achso, da unten. Na gut, er hat mir etwas getroffen. Oh, ich bin jetzt. Ihr habt doch keine Chance gegen mich Auch wenn ihr mich gerade ganz gut kräft Aber ihr macht keinen Schaden Oh stimmt ja ich hab Ja die Shotgun dabei Und nicht mehr diese Plasma Waffe So jetzt ist die Frage Rechts Secret Oder unten Secret Rechts Einen kleinen Moment So rechts ist das Secret Gut Leider hab ich damit schon alles Mach ich trotzdem mal das hier Vielleicht kriege ich dadurch ja Trotzdem mehr Schaden Glaube ich zwar eher nicht aber Man kann es ja mal versuchen Aua der lebt ja noch Ach weg mit dir Oh der Okay ich dachte er ist wieder eingesperrt worden Aua Aber die Shotgun nehme ich direkt mal Okay der ist tot Und die rechts im Raum haben mich auch schon bemerkt Immerhin kommen die noch nicht Immerhin kommen die noch nicht zu mir Was ist denn daran so schwer So Beide tot Wie schnell Okay das wird knapp Und tot Und der kriegt einfach alles ab Ich wollte eigentlich auch ein bisschen öfter die anderen treffen Oh das war nichts Das war nicht so gut So für dich Und der tot Und der dort links macht Der steht dort einfach noch rum Und guckt zu Ach So Ah ich dachte ich hab ja noch ein Geräusch gehört Hey es ist ich Fionor Mach es einfach Was ist unser nächsterer Weg Was ist unser nächster Weg Dieser Ort wird dich in die Kontrollruppe Was ich habe Ich habe Volkow sollte da sein Und die Präsenz Ich gehe jetzt nach ihnen Ich gehe jetzt nach ihnen Es gibt niemanden Um die Zellen zu schützen Jeder hat sich gelegt Um die Kontrollruppe zu schützen Ich versuche dass du sie freien Fyodor Ich werde dich finden Wenn du nicht Ich versuche Okay Und du Sag Volkow Dass Fyodor Sakharov mit der Komponente Das gefällt mir nicht Dass die Säulen hier so Leuchten Ah Genau das meine ich Dann mal so Aua 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 Ach gut Okay das ist der Karabiner Aua 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 Okay Jetzt rechts Langsam Aua 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 Oh Oh nein Oh nein Oh nein Ich bin gleich tot Ich mache diesen Feuertippen noch nie Aua Aua Das tut gleich weh Taxi Richtung Oh da liegt da sogar eine Waffe auf dem Sitz Hier auch Dann nehme ich mir die doch mal So Au Natürlich Das hört mir hier zu viel Oh Oh hier liegen Einige rum Ja beeil dich Au Natürlich Waffe Hier Shotgun Au Endlich Tod Ich will der raus Ah Geschafft Ah ok Geschafft Gut hier machen wir dann im Nächsten part weiter Ich will Ich 새로운 Ih Untertitelung des ZDF, 2020